Hallo meine guten Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Cross. In der letzten Folge haben wir Lady Reddell vom Hellscook Orchard gerettet und Orchard ist uns danach zur Party beigetreten. Und nun müssen wir ein kleines Ablenkungsmanöver für die Soldaten starten. Demzu, dazu gehen wir einfach nach oben. Und ich rate euch, bereitet euch gut vor, denn ihr habt eine Barrage an Kämpfen. Wo wollt ihr denn hin, Sir Links? Ich denke, wir können uns hier nicht rausreden. Denke ich auch nicht. Tötet sie! Und wir treten wieder gegen Pori Militär-Heinos an. No Big Whoop. Ich meine, ihr habt gesehen, ein Treffer von Links und die waren so gut wie Geschichte. Deswegen werde ich es hier genauso machen, wenn Links treffen würde. Vielleicht trifft er auch nicht. Vielleicht habe ich einfach nur Pech. Und ich wollte eigentlich den Hauptmann ummieten, aber das wurde mir verwehrt. Ha, Glidehook. So, Miss Irenis. Kannst du treffen. Kannst du nochmal treffen. Was machen wir? Ah, Freefall. Das dürfte ausreichen. Boom, 406 Schaden. Also, Irenis, du ownst. Was deine Magie betrifft, zumindestens. So. Was haben wir hier? HP. Jeder kriegt ein HP. Und Ice Blast. Naja, why not. Ice Blast ist nicht schlecht. Ah. Hm. Hey, du bist dran. Ah, wen haben wir da? Den kennen wir doch schon aus der... Aus der Sequenz. Du bist stark. Aber Grobig ist stärker. Und es ist wieder ein Bosskampf. Ich habe ja gesagt, es kommt eine Barrage an Kämpfen. Das hier ist Grobig. In Age Schwarz. Und er ist ein ziemlich nerviger Geselle. Das ist auch ein Kampf, wo ich auf die Diminish-Strategie verzichte, dankend. Hat folgenden Grund. Ähm. Die Elemente, die der gute Grobig hier einsetzt, sind zwar nicht so stark, abgesehen von seinen Tags. Und das Hauptproblem bei Grobig ist einfach, seine physische Verteidigung ist einfach stark. Wie ihr gesehen habt, seine Magie-Verteidigung nicht so sehr. Das geht ja natürlich erstmal auf Irenis. Das geht ja erstmal auf meine Magierin. Das ist nicht gut. So. Deswegen werde ich auch die Gunst der Stunde nutzen und Buffs und Debuffs einsetzen. Hm. Machen wir erstmal Hi-Rez mit... Irenis. Einfach nur, damit ich mir ihr Überleben sichern kann. So eine kleine Lebensversicherung ist nicht schlecht. So. 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 Soa wird hauptsächlich in den Kampf auf seine Buffs fokussieren. Ja. Jetzt sehen wir eine seiner Tags, die Rocket Fist. No big deal. Wir haben ja zum Glück die Steinrüstung, da tut es nicht so sehr weh. So. Wir machen... Wir machen Low-Rez erstmal. Wir hauen erstmal seine Defense ein bisschen runter. Eine Verteidigung. Damit wir mit den Attacken ein bisschen mehr rausprügeln können. Ja, 76. Das sind schon Werte, die ich eher eingehen lasse. Und Holy Light plus 2. Nur für dich. Habe ich schon erwähnt, dass Holy Light meine Lieblingstechnik ist? Das ist alles für euch ein Gegner. So. Oh, komm schon. Tu etwas, Irenes. Wir machen Eisberg. Boom. Friss ein Eisberg. 280 Schaden. Gott, wann geht der Typ endlich down? Hm. Wir haben nichts. Sower, verteidige dich hier mal. Mr. Lynx, was können Sie tun? Sie können verfehlen. Hier sehen wir ja seinen Attack. Er feuert Laser. Aus seinen Haaren. Oh Mann, Irenes. Tu irgendwas. So. Wie wär's mit dem Earthquake? Bam, bam, bam. Hier, friss Erdbeben. Du wirst es lieben. 219 Schaden. Nicht schlecht. Aber Growbeak ist noch nicht einmal angeschlagen. Noch nicht. Ah, ich glaube, das wäre jetzt sogar auch der gute Moment, mal seine Level-7-Technik mal zu zeigen. Hier, Toss and Spike. Friss das. Bam, Uppercard. Boom. Na, sie wählt war das jetzt nicht, aber hey, jetzt ist er wenigstens angeschlagen. Sehr schön. Heal All. Willst du mich doch veralbern. Nun gut. Dann frissen sie Looch. Und ertrinke im Wasser meines Triumphs. 175. Nice. Und dann machen wir noch ein Inferno. Weil Irenis es kann. Weil Irenis Magie gut ist. Oh, Mann. Gott, der Typ geht noch nicht down. Geht down. Ich hoffe bloß, dass er einen bestimmten Move nicht einsetzt. Ähm, er hat ein Element, was Vigora heißt. Und Vigora haut Böse rein. Deswegen werde ich ihn vorsichtshalber mal schwächen. Weil mit Vigora kann er seine Ausdauer bis aufs Maximum anheben. Und er ist tot. Er hat nur nicht mal Vigora einsetzen können. Hätte ich nicht zugelassen. Gibt es nicht. So, und wir erhalten unseren nächsten Stern. Noch mehr Stat-Bonus. I like it. Und Sauer kriegt nur zwei HP. Hurra. Wir heilen uns und kriegen Freefall. Hm. Nehme ich doch gerne. Ich hätte wobei auch gerne den Defender bekommen. Aber man kann nicht alles haben. Hey, wo wollt ihr hin? Verdammt. Hä, es ist nun Zeit für dieses Baby. Nun geh. Geh und zerstöre sie. Crack it. Beweg dich. Gaga. Jo, Gaga. Bibi. Hey, oh. Und er wird erstmal zertrampelt. Oh mein Gott, es hört nicht auf. Oh, Lordy. Ja, nächster Kampf. Das ist, äh, Goliath, Goliath, Juliet, I don't know. Innate Gelb. Keine große Bedrohung. Er haut zwar rein, aber von den HP her ist er keine große Bedrohung. Wie wir jetzt gleich sehen werden. 254 Schaden. Hm. Machen wir einen Arrow Blaster. Jetzt wär's natürlich cool, wenn ich solche grünen Elemente wie Carnivore oder sowas schon hätte. Das wär geil. Oh, Irenis. Ja, hau du erstmal auf Soa ein. Das ist mir... Relativ... Egal. Hm... Wie wär's mit Eisberg? Du magst doch Eis. Gerade bei diesem heißen Wetter. Bäh. Und schon ist der Kampf um. Ich hab ja gesagt, es ist keine große Angelegenheit. Aber ihr bekommt auch nichts dafür. Wir heilen uns erst einmal und wir kriegen eine Schraube. Way. Was zum... Das ist jetzt kaputt. Oh nee, oder? Ich dachte, wir haben ihn bereits zerstört. Hier drüben! Es muss ein neuer Typ sein. Wir haben keine Zeit, um über Robotertypen zu diskutieren. Basically, was wir hier tun ist, wie in Final Fantasy VIII eine Fluchtszene. Mach die Tür auf! Ah! Lass mich rein! Lass mich rein! Ach. Gott sei Dank. So. Es ist direkt hinter uns. Los, geht weiter! Und ich entschuldige mich schon mal, dass es ein bisschen Slaggen jetzt anfängt. Nein, wir sind gefangen. Was sollen wir tun? Wir haben keine Zeit. Und guess what? Ihr dürft nochmal gegen Gulliard kämpfen. Ist das nicht toll? Er ist auch nicht viel anders als vorher. Ich weiß nicht, warum das Spiel euch einen nochmal dadurch rushen lässt. Aber ich akzeptiere es einfach. Und ja. Ich mache das Ding trotzdem fertig. So. Irenis! Triff! Sei imbar und triff! So. Oh, komm. Geh down! Wie wär's mit Freefall? Ich bezweifle, dass Sauer damit viel rausholen kann. Wie gesagt, ich habe Sauer eigentlich nur als Debuff-Sklaven dabei. Naja, 148. Dezent! Nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Das war's schon! Ich habe ja gesagt, der Kampf ist no big deal. So. Jeder kriegt HP ab. Und heilen uns erstmal. Und wir kriegen Mithril. Ich hätte gerne die Nidorite gehabt. Es gibt einen Knopf, dass die Leiter... Es gibt einen Knopf innerhalb der Bücherregale, die die Leiter senkt. Behaltet euch, ihr habt nur wenig Zeit. So. Wir klettern erstmal da hoch. Und es ist immer noch ein bisschen laggy. Tut mir leid. Es wird nicht in der Lage sein, hochzukommen. Ich trete zur Seite. Sag herr, Idiot. Es ist zu schnell. Und hier ist grow big. Slash. Boom. Unglaublich. Hier drüben. Sie sind da oben. Wir haben sie. Das hört nie auf. Springt durch das Fenster. Nur macht schon. Nur macht schon. Ja, und... Jumping all over the world. Und wir landen erstmal da. Was zum... Wo kommt ihr denn her? Sehr links. Sieht so aus, als ob ihr ein bisschen in Schwierigkeiten seid. Was wollt ihr tun? Die Porris-Soldaten sind überall hier. Und ich würde sagen... Und ich würde sagen... Hehehehehe. Oh, das. Das wird interessant werden. Okay, überlasst es mir. Wir haben einen Plan. Einen Plan, der nicht schief gehen kann. Da drüben. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Oh, oh, oh. Drachenparty. Ja, rennt sie erstmal um, alle. Sehr schön. Und Grobig rennt einfach mittendrin durch, weil er zu cool ist. Mr. Laserhair. Das ist wunderbar. Du bist... Warum hast du uns gerettet? Ihr tritt gegen das Porré-Militär an. Grobig findet das interessant. Grobig nimmt nur Befehle von denjenigen an, der stärker ist als er. Deswegen wird Grobig euch im Kampf begleiten. Das glaube ich dir aufs Wort. Und Grobig, join your body. Und... Ich weiß noch nicht, ob ich den verwende. I don't know. Maybe, wenn mir da noch ist. So. Ruf Grobig jederzeit, wenn ihr Hilfe braucht. Das machen wir. Maybe. Lass uns fliehen, werden wir noch können. Da sollte ein Boot bereitstehen. Lass uns nun zum Hermits Hideaway gehen. Yay. Wir haben's geschafft. Woo. Wir haben Reddell gerettet. Und hier haben wir unser Boot. Welches... Welches... Ja, wir können wieder unser Boot boarden. Yeah. Wir können wieder unser Schiff benutzen. Was ziemlich nice ist. Aber bevor ich zum Hermits Hideaway gehe, wenn überhaupt... Ähm... Es gibt noch einige Sachen, die ich... ...tun und erledigen möchte. Einfach nur, weil... ...das nicht schlecht wäre, sie zu erledigen. Weil... Für die Sachen, wo wir noch kommen, kriege ich was Nettes. Was sehr Nettes. Aber ich glaube, ich gehe erstmal nach... ...Mabiul. Noch vorher, bevor ich den Park beende. Damit wir... Damit ihr schon mal einen kleinen Sneak Peek drauf kriegt, was ich vorhabe. Unter anderem. Und zwar... Redet mit den Typen da. Diesem Elementverkäufer. Und... Ihr seht, ihr könnt... Wir brauchen einmal... Red Bull. Frog Prince brauchen wir nicht. Gulen nehmen wir mit. Carnivore. Sonja nehmen wir mit. Mothership auf jeden Fall. Und Unicorn. Für das, was kommt, brauchen wir diese Elemente. Und wie ihr gesehen habt, das sind Fallenelemente. Ja, und Zowa dreht erstmal durch. Gucken wir mal, was da noch ist. Hm. Hm. Nicht wirklich etwas. Naja, okay. Für das, was kommt, werde ich jetzt noch ordentlich an... Sachen aufstocken. Dann... Im nächsten Part geht wirklich der Shit ab. Glaubt es mir, Leute. Weil dann kommen so richtig die... Arsch-Auf-Reiß-Bosse. Wo ich dann bestimmt einmal K.O. gehen werde. Bestimmt. Damit ist zu rechnen. Aber... Bevor wir jetzt zum Hermit's Hideaway gehen... Werde ich hier... Erstmal speichern. Weil wir es könnten und so. Und zwar speichern wir bitte einmal... Hier... Session. So, dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal Schluss für heute. In der nächsten Folge... Machen wir entweder Storyline oder Stuff. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, das wird wieder spontan entschieden. Und zwar in der nächsten Folge von... Let's Play Chrono Cross. Ich bin Maragon LP. Bis der nächsten Folge. Macht's es gut.